Der Freizeitpark Den Toilettentrubel haben wir dabei Toilet Trouble Ich werde den Durchfalle, was ist los mit dem? Art of Danzel Ich trau mich irgendwie nicht bei Toilet Trouble mal auf das Bild Ah, es geht noch Ich dachte, wäre so eine Vögel geschissen Ist er lustig? Ähm, er ist nicht lustig Das ist nie so lustig, wenn das Oh, wir haben einen Gegner erwähnt Das ist eine Siegsniederlage mit Rang Und Eliminierung tot mit Rang von 2-0 Okay Aber auch welche Oh ja, also wenn wir da nachgehen So geht man ziemlich übel Secure the room. We need to protect the biohazard container Na, lass uns doch Wann ich ja mutigen Ich habe schon ganz andere Biomens entthront Easy Easy Ach, weiß ich, kommt noch Mute-Sender noch lange Zeit Ich kann nicht entscheiden, wie ich mit Schildern stehe Der Haupteingang wird aufgemacht Ich komme von der anderen Seite, ne? Hinten das Fenster hat aufgemacht Im Drogenlabor, oder? Oben im... Drüber, drüber, drüber Jetzt geht das kacke Schütze nicht aufstellen, Alter Gibt es eigentlich Behinderter? Alter Ja, da habe ich einer gesehen Am Fenster pimmelt einer rum Einer ist auch in der kleinen Bar hier, glaube ich Und hier oben ist Wasser Hier oben ist Wasser Mhm Ist doch ein Hormat Sehr gut Sehr gut Der battelt sich da mit denen Der battelt sich da mit denen Was ist der Art of Denzel? Hier ist auf jeden Fall einer drin Schuss, 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 schuss Ist einer auf dem Flur Vor unserem Raum Ach so, was du? Ich hab's Sehr gut Die letzten zwei sind der vor dir war Wow, wow, wow Shit, einer im Gang noch Einer bei den Trains Sledge Trains Sledge Trains Einer ist hier südlich, glaube ich Vom Objective Form Oh, ich bin um die Ecke um Der macht er mich noch weg Der letzte ist hier bei mir Der letzte ist hier bei mir Es sind noch zwei Ja, Sledge ist auch noch Trains Hier Da ist Sledge Das ist immer noch Sledge 15 Sekunden Das ist immer noch Sledge 15 Sekunden Sehr schön Alter Boah Ich habe gerade so die drei Pixel Oberhalb vom Kopf gesehen Und der hat mich genau Irgendwie erwischt Ja, ich habe mir ein Schild Weggeschießen können Wie kommt dir das an? Das ist so krank Sauber Mit der Escher hat mir schon Wer weiß nicht wie lange er gebettelt ist Ich habe es ja nicht gekriegt, blöcke Richtig gut Ja, finde ich auch Meisterhaft Find the biohazard container location Find the biohazard container location Und ich kann nicht Dining sind sie nicht Dining sind sie nicht Drugs sind sie Wichtig werden wir nur ich sagen Ja, ich habe noch nichts Caveira Natürlich Toll Recipienst Operator wie oft hast du heute schon mit der umgeknutscht mit cavera, ja, da habe ich gerade auch zwei kills geholt mit der cavera cavera ist wieder gut, immerhin was bringt die denn da raus, da ist noch einer nein, der ist sack, ich erwische nicht, der erwischt mich, ich habe den Kopf gesehen hier ist noch einer, hier ist der, der mich erwischt hat kapkan oh alter kapkan ist immer noch im klo helfen nicht mehr kapkan ist auch noch am scheißen holen da muss man ich bin raus ich bin raus ich bin raus ich bin raus springt der da runter ey man achtung ich habe den schatten nur gesehen ich habe den, ich habe den klo im blick, also wenn einer von hinten kommt, sage ich das bescheid Achtung hinter dir Achtung hinter dir er ist weg, ist weg ist weg ist weg geholt was, der hat mich doch getötet hier im klo ist wieder kapkan hier im klo ist wieder kapkan da konntest du gerade da konntest du gerade der war down hier in der ecke das wusste ich nicht ich habe die meldung gekriegt ok die links habe ich gehört was ich habe ich habe dem, dem art of dancel habe ich vorhin einen kill geklaut die Kamera habe ich mir geschossen oh fuck na, spiele ich auch nicht so gerne ja ja, nie vergessen wir das eine Mal, wo wir gespielt haben Drax, 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 Drax Alter, die sind so ausgerastet und der Gunnar fragten einfach ey, are you a junkie? obwohl das Benehmen von denen war tatsächlich, es hätte gepasst ich bin mal oben die Lücke dichter der Hüttentyxen hat irgendwie die die, 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 die die, die, die die, die, die der Hüttentyxen hat irgendwie der Hüttentyxen oder Hüttentyxen oder Hüttentyxen Alter, Feuerwehr, du bist eigentlich gut schlechter als ich Was? ich bin letztendlich, was ist das? was ist das? Skandal ja, was ist das? wer ist in position? o im im spielautomaten kommen sie am Fenster draussen Oben. Der Toiletrouble ist wieder da. Der Toiletrouble versucht es zumindest. Wer ist jetzt da oben noch reingekommen? Ne, bisher nicht. Der Toiletrouble ist weg. Reloading! Scheiße, Jekyll hat mich. Scheiße, neben mir kommt hier oben noch einer, ey. Kacke. Wo? Oben am Gang ist er. Rechtsrum. Ich weiß, wir haben nichts in den Arme. Alter! Beide Grenaden vergeudet. Ey, und der Typ. Laut ab. Verlass den nicht mehr auf den. Ach Gott. Kann sich da auch nichts verlassen, ne? Ich sag ja, verlass sie nicht auf den. Naja, aber da kann ich schon nicht mehr weg, ne? Versichern? Oh, das ist aber beruhigend. Bei vier Gegnern ist das doch ganz einfach, jetzt da reinzustürmen. Friendly, last operator standing. And further access to the biohazard container. Mission failed. All Friendly have been neutralized. Ja, die Frage ist natürlich, wo könnte ein Gläs sich aufhalten? In der einzigen Rauchwolke im ganzen Raum vielleicht? Nein. Unwahrscheinlich. Dann sieht er doch nichts. Das ist doch dumm. Ach, stimmt. Ah, Entschuldigung. Ist doch nicht so, als hätte Gläs irgendwie sowas wie so ein... Ich kann durch den Nebel gucken, Visier. Ist ja Quatsch, ne? Ne. Hat er nicht. Ja, wäre auch ein bisschen OP. Jetzt verlieren wir auch schön 3-2. Ja. Aber jetzt in den nächsten Runen. Mirage ist weg. Oh, Trash. Ja. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass wir irgendwie die letzten drei Plätze machen. Was soll denn das? Hm. Ich habe das Gefühl, die anderen leisten jetzt auch nicht mehr als wir. Locate the biohazard container. Keine Ahnung, wo ich ihre Punkte weggekramt. So ein Schlaf. Ja, vielleicht. Ach, du. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, oben ist es. Ja. Es funktioniert. Die biohazards sind in der Hashtag located. Was machst du denn das Frost? Ich mag Frost nicht. So kühl. 10 Sekunden. Ich tue mich hinter dem Affenkopf hier im Warten bis vorbei ist. Das ist kein Affe. Hier auf der anderen Seite schon? Ja, aber da ist es nicht hinterglückt. Oh, boah. Oh, da oben ist es nicht. Da oben. Ich wollte schon mal schauen. Ich wollte schon mal schauen. Ich wollte ja. Ich stelle erstmal den Fuse reinfusen zu lassen. Der wartet. Oh, Stacheldraht. Und ein Entry Nile Device. Kann man schon mal nicht mehr genagelt werden. Ist auch schön. Okay. Okay. Moment, da sind wir perfekt. Charge ready. Breast. Buster charge going up. Buster charge going up. Blowing up. Buster charge. Yoon. Within. Achling. Ron is red. Alter, bitte, 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 bitte. Köd mir nix mehr rein, ey. Was? Ich habe aus nächster Nähe mit der Fuse-Dings reingeholzt, mehrere Sekunden lang. Nicht beeindruckt. Ich habe den auch noch mal getroffen, ne? Ja, habe ich gesehen. Genau da ist er voll, dahinter, da im Schreibtisch. Tja, tja. Gezöst, das weiß ich nicht. Drohne starten, runterspringen, reinspringen. Meine Drohne ist schon am Arsch. Echt, weil mir steht uns noch zwei. Ne, wir sind sie weg. Der Doc hat eben die letzte weggeholt. Ne, ich meine deine Lion Drohne. Ach, die meinst du? Ja klar, die habe ich noch. Aber der hat mich schon gehört. Joach, weg mich doch. Der ist echt nicht koscher. Ja, kündige dich an, Idiot. Es hat vier Leute rot, um Frost zu downen. Kann mich fragen? Ja. Ach ja. Schön. Haben wir gleich 3-2 verloren. Dann lohnt es sich ja. Ja, das kann gut sein. Wo landen wir denn? Drogen? Ja klar. Boah. Warum auch eine gute Map? Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe keinen Plan hier, ey. Mit dir kannst du keinen Krieg gewinnen. Naja, wir sind immer noch letzter mehr 3. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als würden wir jetzt irgendwie nichts tun, ne. Also ich meine die anderen... Weil ich habe Frost vorhin schon angeschossen. Dann hast du dich mit Frost gewettelt. Dann habe ich Frost nochmal angeschossen. Ich habe aber da nicht so. Ich stand 1,50 Meter vor ihm und habe mit dem Fuse schweren Geschütz-Dingsbums mindestens 3 Sekunden oder so auf ihn geschossen, ne. Durchgängig. Das ist ein bisschen hin und her gepimmelt, aber... Alter. Wurde es entdeckt. Okay, der wird passiv durch. Es kommt's an. Ich bin jetzt auf den Weg. Dogen. 1-dang. Wir werden nach ihrer Erlebnisse. 0-dang. Es liegt in einem Biohazardz-Ding-Görern. Ich muss hier drüben weg, da kasselt immer alles zu. Hier sieht Spantia auf, warum ist denn? Ich höre hier gar nichts, Kameras ist auch überhaupt nichts, ja doch, oben drüber am Fenster. Wenn sie da sind, wundert mich jetzt eigentlich nicht. Ach, ist einer von uns hier, wollte schon schießen. Hast du zugemacht gerade? Ja. Ich geh mal oben durch die Trains durch. Hier ist Fenster aus. Ich wurde gejackelt. Was, wo ist denn hier einer? Das ist hier oben. Der Fuse ist draußen. Da durch, genau. Da war er. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn Sinn? Oh, scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Aber harsch. Aber sehr locker aus. Das ist hier oben. 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 Das ist hier oben.